Hallo und herzlich Willkommen zu einer Neu... Julian fällt direkt mal... Zu einer... Zu... Wie Luca... Luca, wenn du das siehst... Julian armt dich nach... Nein, zu einer neuen... Ja, der legst ja so letztlich hin... Kann man mal vorbeischauen... Ja, kann man mal vorbeischauen... Zur Rubrik Nummer 2... Ich habe eine Website gefunden, die noch zu wenig besucht ist... Nicht so wie krong.de... Ähm... Wenn man noch keine Werbung machen will... Nämlich die Seite Bildschirmarbeiter... Die werde ich euch jetzt mal vorzeigen... Ähm... Warte... Ah, ich mach das einfach so... Ich mach das hier mal weg... Ähm... Ja, im Moment... Ihr müsst euch ganz kurz gedulden... Ja, jetzt... Ich pack der PC schon wieder... Ich mach das hier mal zu, gell... Ja... Ähm... So... Und jetzt nehmen... Kann ich jetzt mal sagen... Du kannst... Du bist schon am reden... Jetzt... Ja, ja... Ja, ich will aber... Dann muss auf Google gehen... Und dann eingeben... Und dann auf Startseite... So... 3... 2... 1... Und jetzt nehmen wir auf... So... Wir sind hier... Auf der Startseite... Oder dann... Also von... ICT Research... Geh ich hier mal... Ach... Goi... Google.com... Kennt jeder... Ja... Und... Google ist sein Freund... Ne... Kennt euch noch... Äh... Und dann... Bild... Schirm... Arbeiter... So... Hier geht's zur Startseite... Also Premium Qualität von so ein paar Nerds... Die Empfehlungen sind sehr super... Und hier gibt's auch Videos... Also... Wer sich mit Technik auskennt... Der kann die Videos... Äh... Ruhig mal durchgucken... Gell... Äh... Aber... Ich geh eigentlich meistens hier drauf... Um die Bilder zu gucken... Die sind meistens sehr amüsant... Jetzt... Das Gesicht... Okay... FDB... Diese... Partei... Ist in deinem... Äh... Bundesland leider nicht... Leid nicht... Verfügbar... Tut uns leid... Ähm... Kein Kommentar... Immer noch kein Kommentar... First thing I would do... With a... Partelgun... Ja... 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 When I met my Grandmother... Eat... Now eat... Ja... Also... Hier die Zahlen... Die müssen wir mal um Tascherasche eingeben... Und dann umdrehen... Und dann umdrehen... Keine Silvia so gut... Keine Silvia so gut... Do not... Brother under the water... Ja... Sollte eigentlich jeder machen... Keine Kommentar... Keine Kommentar... Keine Kommentar... Republings... Demo... Save... Shit... Different Spines... Jo... Ist nicht so lustig... Keine Kommentar... Ego... Natürlich... Ehm... Ehm... Sechs... Neun... Uhr... Am Morgen... Feed... Chickens... Water... The granules... Good morning... I can't get out of my bed... The Hunger Games... Galileo... Great Mind... Einstein... Jesus Mind... Newton... Exciter Mind... Bill Gates... Brilliant Mind... Me... Nevermind... Hello Titi... Ich immer noch eins von den Besten... Also guck mal die Bidlinge an und dann... Daran denken... An was ihr gewohnt seint... The first sound of the spring... Long time ago... No... Jo... Also... Wenn man keine Hobbys hat... Und hier ein riesiger Hund... This is fuck... This... Is... Yeah... Fuck... Sharks have been spotted in the pool... They... Come out... When they... Smell... Pea... According Hero... According Hero... Meanwhile in Mexico... Meanwhile in Mexico... Ja... Wenn man sich ganz so lieb... Kann man das machen... Und hier... Super... Er... Sieht man vielleicht nicht... Das... Ja... Also guck mal auf die Hände... Und... Ja... Save the mouse... Eat the pussy... Ja... Wenn man es mal umgekehrt macht... Nooo... I love this job... Hier die zwei Arme... Die Katze... That awesome... Moment... When you come back from... Vacations... And... Can finally poop in your own bathroom... Sleeping in my drug... My bed is my... Dealer... And... My alarm clock is the police... What is your number one reason... For being in college? The bitches... Ich hab nix gesagt... Hier diese... Riesen Augen... Von diesen... Ist eigentlich ganz gut gemacht... Von diesen japanischen Sachen... Shirtless Buzzy Ball... What do you think... You look like... What you actually look like... Tipps... Huuu... Das ist so gut... Hier... Anstecker... Das ist der Voldemort, oder? Ja... Voldemort... Voldemort... The Big Bang Theory of Simpsons... She looks so beautiful... Äh äh... Peacevoll... Waaah... When I close my eyes... I see bacon... Hier... Was fällt auf diesem Bild auf? Ja... Sie hat eine... Strumpfhose an... Das ist geil... Hier die Werbung... Ähm... Ja... Noch ein bisschen weiter oben... Good morning, son... Daddy... Äh... Äh... Warte am besten... Guck mal noch... Die pics der letzten Woche an... Ein paar davon... Ein paar davon... Ein paar davon... Äh... What do you think... Why are the... Dutch so happy... Dear neighbors... My husband... Äh... Cheated... Äh... On me... So I... I have... To move up... Kratzerweit... Hey Nerdboy... Komm plau... Äh... Plug... Our... External... Hard drive... On my... Subport... And show me... What you've got... Seriously... I need... Those... Files... Shut up and... Dance... Dance before the police come... My rose are red... My screen is blue... And I'm sitting here... Thinking... What the F... Did I do... Roses are red... My screen is blue... I don't... I... Didn't have a problem... With it... Don't... I... Don't have a problem with it... Why should you... Because I fucking... Colorblind... If you... Don't know... Who our father is... Any... Anyone... Could be our sister... Gita... Pi... Gita Pi... So... Wir wollen euch auch nicht zu viel vorweg nehmen... Am besten guckt ihr selbst... Bis zum nächsten Mal zur Kategorie... Äh... Könnt ihr... Kann man mal reinschauen... Schauwun Du 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 Untertitelung des ZDF, 2020